Wie nehme ich die Arbeit mit Ben wahr? Sehr liebevoll. Ich habe Raum gekriegt und ich habe Zeit bekommen, um anzukommen, was für mich sehr wertvoll gewesen ist. Ich habe mich noch nie getraut, vor die Kamera zu gehen. Das ist mein erstes Mal vor der Kamera. Ich habe mich zeigen können und ich habe mich öffnen können. Er hat mir den Boden dafür gegeben und ich hatte nicht einmal die Frage gehabt, sehe ich gut aus? Ben war mit seiner Offenheit da, mit seinem Interesse da, mit seiner Herzlichkeit da, aber er war einfach auch ganz stark bei mir gewesen, im Zuhören und somit konnten wir einfach miteinander arbeiten und es fühlte sich nicht wie Arbeit an. Das finde ich auch ein Geschenk. Bis zum nächsten Mal.